Hallo, mein Name ist Benjamin Lilje. Ich freue mich, dass ich eine für mich wahnsinnig wichtige Arbeit am Deutschen Theater vorstellen darf. Und das sind die drei Schwestern von Anton Tschechow in der Regie von Karin Henkel. Und diese Arbeit ist deswegen so besonders für mich, weil ich es einfach mit sehr besonderen Leuten zu tun hatte. Also mit Michael Goldberg, Bernd Moss, Felix Göser und die großartige Angela Winkler. Aber da hört es ja nicht auf, weil dann kommt die Bühne und die Kostüme von Nina von Mecho. Also diese Bühne war, die ist ein absoluter Kracher, aber das werden Sie ja dann sehen, was die so kann, die Bühne. Und wenn man da als Schauspieler drinsteht, das macht was ganz Besonderes mit einem. Und die Musik von Abel Baut und das Licht und von Foxy Bernklauer, das war einfach alles sehr besonders. Und ich danke Karin, dass sie mich besetzt hat als Irina. Danke Karin. Und dem Deutschen Theater, dass das alles möglich gemacht hat. Und wie gesagt, ja, also viel Spaß. Klicken Sie jetzt drauf und lassen Sie sich drauf ein. Ich finde es einen tollen Abend. Ich hoffe Sie auch. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder im normalen, richtigen Theater. Bleiben Sie gesund und bis bald. Tschüss. Also geht's. áis Untertitelung des ZDF, 2020